Moins und zu ne neuen Folge von Final Exel. Ich hab kein Bock mehr. Also katz mich auch mal, Vieh. Ich muss da runter. Ich weiß nicht warum, aber ist grad leicht schwindelig. Danke. Und tschüss. Wo bleibt die nächste Monster, oder? Da lang, da lang. Ich hab grad irgendwas eingesammelt. Und da ist irgendeine Person. Los, wo ist die Person? Ich hab keinen Lust mehr gegen die Viecher zu kämpfen. Theresa, Adams Assistentin von... Warte mal, in die ist der verknallt. Mit jedem sein Geschmack. Äh, von Säuretropfen fernhalten. 130 Kilo liebt Katzen über alles. Ich wollte dich nicht hochheben. von Säuretropfen fernhalten. Was soll ich da oben jetzt machen? Ich wüsste gar nicht, dass die Schaden machen, die Tropfen, die da oben runter fallen. Ja, schön, dass du dich, dass du deinen eigenen Schwanz gehackst. Ach, jetzt verschwinde! Ich bin gleich schon wieder down, ich bin gleich schon wieder down, ich bin gleich schon wieder down. Gib mir was zu essen. Gib mir was zu essen. Gib mir irgendwie Heilung oder irgendwas ähnliches, bitte. Heilung! Nicht Muni! Ist jetzt hoch? Ich weiss doch nicht, was ich machen soll. Lass mich raten, ich muss erstmal irgendwie... Ah! Okay, ich hab's verstanden. Minus ein Leben, gut. Ich kümmere mich gleich um euch, wartet mal ganz kurz, danke. Das war ein Pfarropfen. Na los, lauf weiter, Theresa? Äh, keine Ahnung, wie du jetzt hießt. Ich nehm dich mal... Verbrennst du? Danke. Ach, schön, dass du... Hier gibt's wieder Heilung. Mal gucken, wo... Wo bleiben die Monsterhoden? Ich hab irgendwie erwartet, dass jetzt noch Monsterhoden kommen. Alter! Ja, 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 ja. Fall nicht rum. Mach lieber. Geht weg, bitte. Geht einfach weg. Ach du, das kann ich nicht mal nehmen. Gut. Ist immer soweit. Das hab ich gesagt. Ich hab mal überlebt, nimmst du es oder nimmst du es nicht? Weil das Zeug gibt ja relativ viel Leben jetzt. Aber... Ich war schon relativ weit... ...dran, dass... ...wenn so ein Springer nur noch hätte kommen müssen. Und dann wär ich weg. Ich muss Munition sammeln. Also erstmal alles schön noch. Warum können die blocken? Das ist so scheiße. Und die Hunde hier, die sind auch... ...komplett für den Arsch. Geht weg. Geht weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg. Sitz, klatz. Was? Na, ich wusste, da kommt schon wieder so einer. Wollt ihr nicht alle noch an der Decke dran sitzen? Mein letzter Schuss. Okay, weg, weg. Ja, ihr könnt mich auch mal. Oh Gott. Okay. Ist doch was? Hier, ich habe was für euch zum Spielen. Genau. Ein Flammenzusatz. Ach Gott. Schöne Pflanze. Meisterhaft. Ihr kennt mich alle mal. Kochschule. Wirf die Monster in den Mixer. Ich werfe jetzt alles in den Mixer. Ich sag's euch. Ich bin gleich schon wieder down. Ich bin gleich schon wieder down. Ich bin gleich schon wieder down. Und tschüss. Vom letzten Ziel aus starten, bitte. Oh Gott. Zwei Leben, volles Leben, alles ver... Gut. Ist mir egal, ob ich Punkte verliere oder nicht. Ich spiele das Spiel, was Spaß macht. Sollte eigentlich Spaß machen. Jetzt juckt's auch noch. Guck mal her. Ich brauche dich nachher noch, also bitte. Nein, ich wollte nicht schießen. Wo sind deine... Okay, also mache ich dich platt, damit wir dann neu kommen. Oh, da, komm mal her. Ah, genau dich brauche ich. Komm mal her. Die Sache kommt her. Nein. Warum? Dich brauche ich nicht. Dich da hinten brauche ich. Danke. Wie gesagt, dich brauche ich. Genau, da kommt jetzt dieses Vieh raus. Das ist, ob das Vieh nicht schon stark genug ist. Nein, es müsste auch noch eine Stärkevariante geben. Und hochheben kann ich's auch nicht. Nein, kann ich nicht. Hey Hünnchen, komm mal her. Nein. Nein. Ach Gott. Jetzt bräuchte ich's mir von den Fliegen. Okay. Wie kann man sowas bitte schon alleine machen? Ich mein, es geht bestimmt, aber... Gott, dafür kann ich das Spiel nicht gut genug. Hi. Bin mit dir. Frei mit dir. Frei mit dir. Hab ich grad hier irgendwie Muni von irgendeinem vier rausgekriegt? Ja. Ist down. Ach stimmt, ich hätte ja noch mal einen Spezialattacken. Aber die vergesse ich andauernd. Ich bräuchte mal noch so einen Greifer. Ist das ein Greifer? Ich wüsste es nicht. Genau, dich brauche ich. Danke. Ah, ne. Dich brauche ich. Dich ja. Auch nicht. Vielleicht dich. Ah. Du kommst gleich mit drin. Hör mit dem Zeug. Beschütz mich. Ich hab nur noch ein Leben. Hör mit dir. Komm schon. Nein Und die Ich kann nicht mal von Weitem angreifen, weil die kleinen Viecher immer weg im Weg stehen Ich habe mir den zwei letzten Schuss vergoldet dafür Ja genau Na hoh, das ist jetzt noch am Morsch Willst du mich denn verarschen? Geht da weg, Alter Oh Gott Bis zur Hälfte geschafft und dann wird sowas hier Ach Gott Da kriegt mich natürlich wieder Genau, komm Mach schön, dass meine Spezialeist wieder leer ist Arschloch Ich bin mir leicht verarscht Ja, das hieß down Das Essen Heilung So lange wenig wieder so ein großer kommt ist mir das eigentlich relativ Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weeeeg Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg Du gehst mir auf die Nerven Ach komm Kann man mal, geht das Ja So, jetzt vielleicht der easy way, aber ist mir sowas vom scheißegal Lass es göcheln Lass es göcheln Ist schon abgeschlossen, ausgezeichnet Fuck you Fuck you Oh Ja, ist mir egal Ist mir sowas von egal Noch zwei Level Okay Ich glaube, ich glaube die nehme ich morgen auf Ah, die FPS können wir noch vergeben Und zwar hier drauf, weil was anderes haben wir eh nicht mehr frei Gut, danke fürs Zuschauen Ich habe heute keine Lust mehr Ich muss jetzt noch zwei Videos hochladen Und dann würde ich mal sagen Bis morgen zu einer neuen Folge von Final Exam Ich hoffe, dass es morgen ist Aber es wird morgen sein Ciao Hu hu hu